hallo leute und herzlich willkommen zu diesem neuen video dieses video ist entstanden aus langeweile ich kann nichts dafür es kann sein dass der opa oder die oma reinkommt oder so und irgendwas redet über essen und so ja ich weiß es nervt zwar nach einer zeit aber ja wir haben es jetzt 19 uhr 58 wie man sehen kann ich ja ich habe jetzt mein platz hier oder okay keine ahnung warum sie kriegen warum gibt es ein was habt ihr okay ja wir haben jetzt 350.000 gemacht heute schon und ja also das video ist halt jetzt einfach entstanden aus langweilig und ja bin gerade dabei ja wo war ich jetzt jetzt wird abgelenkt ich werde immer so nervös wenn ich video mache aber ja mit dabei ist topi topi 90 n ja gestern gestern bis heute ist das notre dame in paris abgebrannt ja traurig jetzt bin ich immer noch nicht zu dem kommen was ich eigentlich vor zehn stunden sagen wollte ja echt ist ja jetzt egal also auf jeden fall ist es abgebrannt aufgrund von bauarbeiten was angeblich vermutet wurde und wahrscheinlich auch stimmen könnte ja egal ja da ist jetzt der mittlere spitzstuhl abgebrannt zusammengestürzt und der dachstuhl hat gebrannt aber zum glück wurden keine leute verletzt meine tante meine tante ist zurück mit seinem freund mit ihrem freund auch noch das video aber auch ich habe aber aber ich habe 5 4 5 5 9 5 9 5 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 6 6 6 7 6 7 7 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 9 10 11 10 11 10 9 10 10 11 11 11 14 14 15 ja also das hier ist jetzt mein 63 das video ich habe jetzt im moment 16 abonnenten 17 abonnenten tatsächlich und noch mal ein kleines danke dafür ich hätte nie so weit komme in unter einem jahr ich drücke dauernd automatisch mit dem bildschirm mein handy ist komplett schrot abonnent ja so wir müssen jetzt noch kurz etwas machen hallo was ja hier gestern bilder von den nachrichten ja nicht wundern über die fotos und so ja ich hoffe es stört euch nicht so dann gehen wir wieder in roblox das video ist tatsächlich länger geworden als ich gedacht habe und es geht nicht ich bin einfach so fett vor allem guck ich bin jetzt super riesig und mein kopf ist hier dieser kleine punkt so wartet so wartet zack da sind wir wieder zwei und fach fach Okay. 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 Come on. Give it. Okay. Mama! Ich weiß doch eh, dass ich schneller bin, was an dir. So. So, we can only hear my phone. Hier, denn es gäbe ja auch einer, meine Freunde. So much shower. 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 Okay. Jetzt steht er mitten im Weg. Lolle, ich habe die Aufnahme vergessen. Ja gut. Ich habe die Aufnahme vergessen. Ja. 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 Shhh Woa Rum Geh ran Wie ist er wegfinger? Tisschen So Tisschen Tisschen Zisschen Tisschen Tisschen So Ja Jetzt kann ich aber... Auf... Kiehl's... Slow... ... 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 So, we'll use this fire rail. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Boah! Boah! Vielen Dank. Vielen Dank. So Leute, dann hoffe ich euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschau Leute.